Deutschland altert, die Rentenzeitbombe tickt, die Politik macht nichts. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Uhr tickt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Verantwortlichen in der Politik nicht umgehend handeln, und zwar spätestens bis 2025, kann es zu katastrophalen Zuständen in der gesetzlichen Rentenversicherung kommen und auch für Millionen Rentnerinnen und Rentner und auch für Versicherte. Und dies trotz aktuell gut gefüllter Kriegskasse bei der Deutschen Rentenversicherung, was über Jahrzehnte immer gut funktioniert hat, wird in der Zukunft nicht mehr so funktionieren. Das heißt also, wir stellen ja immer auf die gute Konjunkturlage ab und dass ganz, ganz viele Menschen immer in die Kasse, in die Rentenversicherung einzahlen. Und das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Und zwar haben wir ein Überalterungsproblem. Und seit 40 und mehr Jahren wird auf dieses Problem immer und immer wieder hingewiesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Studien es gibt, wie viele Hinweise, wie viele Stellungnahmen von Sozialforschern, Demografieforschern es hier in diesem Zusammenhang gibt. Aber es wird einfach das Problem schlicht und ergreifend auch von der aktuellen Politik ausgesessen. CDU, CSU und auch die SPD machen schlicht und ergreifend nichts. Und wenn Sie sich die Wahlprogramme dieser beiden Parteien zum Beispiel angucken, aber auch die anderen Wahlprogramme der Parteien, die sich zur Bundestagswahl am 26.09.2021 zur Wahl stellen, finden Sie zum Thema Altersdemografie und die Bewältigung der Altersdemografie in Sachen Rente so gut wie nichts. Das Verhältnis der Beitragszahler zum Rentner wird immer schlimmer. Hatten wir 1960 sechs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Rentner, sind es aktuell gerade mal nur noch zwei Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die für einen Rentner Beiträge in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Die Statistiken der Deutschen Rentenversicherung sagen, dass wir ca. 26 Millionen Rentenempfänger haben und über 50 Millionen angelegte Beitragskonten in der Deutschen Rentenversicherung. Natürlich müssen wir jetzt hier auch ein bisschen aufpassen, denn wir haben bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch viele Leute, die zum Beispiel neben dem Arbeitsverdienst noch eine Witwenrente haben oder eine Hinterbliebenenrente bekommen oder auch noch parallel eine Altersrente haben und noch weiterhin arbeiten gehen und in die Rentenkasse einzahlen. Aber diese Zahl der Menschen meine ich nicht, sondern wirklich nur die, die arbeiten und diejenigen, die Rentenempfänger sind. Und diese Zahl nimmt immer mehr ab. Und alle kosmetischen Maßnahmen, die wir seit 2005 in der Rentenformel für die Rentenwertbestimmung haben, die helfen einfach nichts mehr. Die werden zu nichts mehr führen. Das heißt also, weder die Riester-Treppe noch der Nachhaltigkeitsfaktor und sonstige Faktoren in dieser sehr komplizierten Formel werden das Demografie-Problem nicht lösen können. Bis zum Jahr 2050 ist prognostiziert, dass wir ein Verhältnis haben, 1,5 Beitragszahler für einen Rentner. Und dass dann dieses System der Umlagefinanzierung nicht mal funktionieren kann, das dürfte jedem klar sein. Wenn wir an diesem System, an dem derzeitigen System auch über 2025, weiter beibehalten wollen oder weitermachen wollen in der Umlage, bedeutet das nichts anderes als massiv steigende Rentenbeiträge? Eine Erhöhung des Bundeszuschusses aus Steuermitteln für die Rente, da wird einem schwindelig. Wir haben ja jetzt schon aktuell über 100 Milliarden Euro pro Jahr, den der Staat, der Haushalt in die Rentenkasse zusätzlich zu den Beitragszahlungen einzahlt. Und was noch dazu kommt, das Renteneintrittsalter müsste massiv steigen und die Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung würden dann auch deutlich sinken. Das werden wir dann sehen an einem deutlich gesunkenen Rentenniveau. Um das bestehende System, so wie wir es jetzt haben, zum Beispiel nur stabil halten zu können, das heißt also, da gibt es keine Verbesserungen oder sowas, bräuchten wir über 300.000 Menschen, die jedes Jahr neu als Beitragszahler in das Rentenversicherungssystem einzahlen. Also sprich, auf Deutsch gesagt, in Deutschland einen Job aufnehmen, der sozialversicherungspflichtig ist. Damit würde das DRV-System nur stabilisiert werden und nicht verbessert werden. Und soweit wie ich einschätzen kann, und das merke ich an diesen vielen Gesprächen, die wir täglich führen mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Eltern, ist die ganz große Sorge, dass unsere Enkel, unsere Kinder praktisch später einmal in der gesetzlichen Rente ganz schlechte Leistungen bekommen werden. Meine Mutter hat mir das zum Beispiel gesagt, die ist bereit, auch Reformen hinzunehmen. Und das soll auch gemacht werden. Und wir sind auch bereit, in Deutschland Reformen in der gesetzlichen Rente durchzuführen. Man muss sie einfach nur angehen. Und die handelnde Politik muss endlich hier was tun. Die Einführung einer echten, umfassenden Erwerbstätigkeitsversicherung, die Abschaffung der Riester-Rente, der Rürup-Rente und die Abschaffung der bestehenden gesetzlichen Betriebsrente in der aktuellen Form, da werden jedes Jahr Milliarden an Steuersubventionen rausgepulvert und die Menschen haben eigentlich in Wirklichkeit von diesem ganzen Irrsinn, den man seit 2005 hier geschaffen hat, nicht wirklich etwas. Wenn wir also etwas tun wollen für unsere Rentenversicherung, dann müssen wir jetzt handeln. Wir können uns auch immer das Beispiel vor Augen halten in Österreich, wie die es machen, weil die haben nämlich nur die eine Rentenversicherung und dort bekommen die Leute wirklich relativ gute Renten und vor allen Dingen auch armutsfeste Renten. Liebe Politikerinnen und Politiker von der CDU, CSU, SPD, die Grünen und so weiter, nehmt das Heft des Handelns endlich in die Hand und fangt an, hier wirklich etwas für die gesetzliche Rente zu tun. Denn wenn ihr nichts macht, wird der ganze Zug entgleisen und dann haben wir wirklich die Rentenbombe und die tickt dann nicht nur, sondern die explodiert dann und geht nach oben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.